Er verschlief natürlich und ich klopfte an seine Tür. Er machte sich fertig, als wäre es ein ganz normaler Tag. Wie spät ist es? Fünf nach halb. Ich sollte noch eine kleine Liste machen. Nur ganz kurz. Wie fühlst du dich? Müde. Ich habe kaum geschlafen. Aber gut. Wir sind auf 14 Seiten im Guardian. Gewaltige Enthüllung geheimer Akten zeigt wahren Afghanistan-Trust. So etwas nenne ich einen maximalen politischen Effekt. Da draußen stehen zehn Übertragungswagen. Ja. Damit werden wir viel erreichen. Als er durch die Tür trat, wirkte er noch wie ein Langzeitstudent. Und keine 50 Meter weiter war er plötzlich ein Rockstar. Einer der berühmtesten Menschen der Welt. Er ist auf dem Planeten.